okay erst mal dran gewöhnen nicht sehen ich bin nicht wieder bei trauen mit ladies oder was auch immer wollt kartoffeln das habe ich gemeint eine stufe kleiner wäre es einfacher hatte breze durchs und die anderen fahren so als ob sie auf normale straße fahren würden kein deutsch moment das hammer mäßig das ist wieder der flughafen kann es sein ja ich glaube schon jetzt der hangar der erste hey gräste wb schön schön dass es klappt jo ist halt schwierig ohne quality button geht es oft bei apple produkten überhaupt nicht sehr sehr oft fällt mir auf letzter zeit ja also kommt es gerade richtig zum chaos hier davor sind wir schön mit dem audi 80 gemütlich gefahren jetzt wieder hier gelände der chaos mit vielen vibrationen am controller baby das ist mir egal die fähigkeit hin oder her und racing fahren hier hast du doch noch paar mal probiert onkel finde ich cool noch ein bisschen mehr gesellschaft ich finde es nur seltsam an der ki dass ich fahren sollte ob sie auf normalen straße fahren würden und ich slide hier wie so ein kranker okay das gibt ordentlich punkte okay das gibt ordentlich punkte ich fahre gerade hier ein evo 8 ganz hoch gezüchtet und tue mich sau schwer hier fahr nochmal ich habe noch komplett neu gestartet ok es werden alle rennen so sein mit dem so komplett quer fällt ein da müssen wir schauen dass wir eine gute position kriegen aber habt ihr gesehen kaum warm aber ich selber auf der straße habe ich voll aufgeholt mit cage lassen so ein schmarrn ok ff restart oh mein gott wie meinst du landsmann münchen bayern hier soll ich mal versuchen außerhalb zu fahren schon heftig hier wenn ich ein bisschen spielte ein gewinnern dann werden sie an den totalen schon wie ich durchdrehen hier schalte gar nicht mehr bist du geil bist du mal 10 ua bis mal eine sekunde auf der straße steht da auch zurück genau da rennen genau da rennt der gags rein so wie nirgends wo ist ein baum ein baum weit und breit und da renne ich rein salente muss der mensch haben wie die mich hier weg drehen wie die netten leute hier ja weiß ja weiß ja deswegen habe ich direkt schon gesagt hier wünschen bayern ja auch nicht zu haben alter man ist doch camping so in den hangar rein ja ich habe jetzt die rückspulfunktion benutzt weil es ist schon ziemlich groß ich habe sie gesehen überhaupt weiterkommission war ich weiß gar nicht wo geht es denn weiter hier geht es irgendwann nach nach links und die anderen kommen nämlich als ob wir gar nichts gemacht hätten so ganz gemütlich springe da das finde ich sehr strange ich gehe auch sagst ich auch und sagst du wohnst in münchen ja klar direkt hier eine station neben der allianz arena schon mal wieso überholt ihr mich jetzt hier so krass weil ich im vierten gang geblieben bin und konnte gar nichts machen ok 2 der platz zufrieden ja ist ok passt bin ich zufrieden jetzt hat der platz ist ein bisschen chaotisch gelaufen aber besser als jetzt hier letzt oder so ein jeden neuen r a cool dann liebe grüße keine ahnung und wie ich mich in den norden berg am leim ok bin dann zugezogen nach oben das deswegen hast du gesagt ich dachte irgendwie schon sowas autos sind die besten die geisten preise vergibst du auch schönartig deine fähigkeitspunkte manchmal bin und wieder hey ben tresher merci für den follow hab spaß genießt die show und liebe grüße aus münchen schicke ich dir hier mit ach so ja nach münchen blöd aber sag ich halt mein spruch immer schicke ich dir grüße von münchen nach münchen warte fack du verstehst schon oder direkt nach berg am leim hier ja ich habe schon vergeben und die meisten ich habe fast alles ausgespielt noch drei das habe ich nicht und was hat sich dazu bewegt nach münchen zu ziehen wenn ich fragen darf hier ist ja cool hast du irgendeine nette dame kennengelernt und bist du hergezogen jetzt mal schauen was uns das hier bietet also die championship ist schon kotisch habt ihr gesehen aber macht nichts wir haben chillige straßen rennen stressige straßen rennen und jetzt hier gelände action alles enthalten hey replikator Merci für dein follow, hab spaß, genießt die show und liebe grüße aus münchen schicke ich dir hier mit Thanks for the follow by the appreciated, enjoy the show, I have fun and greetings from munich germany, wherever you are in this whole white world and action, go go Spontane entscheidung Okay Seit 15 jahren bist du schon da, ja dann hast du dich ja schon ein bisschen eingewöhnt hier Freischnauze entscheidung sind meistens die besten, das wird man sie nie machen, komm 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 Hey, Motherflower, was macht der wieder da? Ich dachte ich könnte ihn auch über, wieso? Ich habe ein, ich tue zurückspulen, ich habe einen scheiß Punkt verpasst, sorry Jetzt ist er jetzt Jetzt ist er jetzt Nochmal anfangen hier, oder? Jetzt egal Nützt sehr ungern die Funktion, aber Wir spielen die Nacht, dass du Chilliger versucht zu spielen Und wenn sie schon gibt, warum nicht? Doch nicht alles Gelände, Renn, vielleicht kommt es ja noch So, finde ich es geil, finde ich cool, hier Kies, sowas ist toll, Matsch, Kies, verschiedene Ebenen sind geil Ich wollte mich einfach mal für die geilen Streams bedanken, sehr sehr gerne Schaust du mir schon länger zu Und du sagst, Streams So heißt, du musst mich schon länger beobachten Und ja, ist cool Sehr sehr gerne mache ich Stream ich auch für dich Klappt aber echt gut bei dir dafür, dass du Lenker bevorzugst Ja, ich habe jetzt auch die Hilfen an und nicht wirklich auf ganz schwer, sondern auf normalen Mittel Trotzdem ist es doch eine Herausforderung noch Hey, schau mal, wie krass der mir am Nacken hängt Der Arsch hängt der Ander hier Ja, man gewöhnt sich auch langsam dran Und ich muss sagen, so lange Stream mit Lenkrad, weiß ich nicht, ob ich das durchhalte überhaupt hier Großartig, komplett einfach großartig Du hast schon ganz schön viele Fans Ja, klar doch, also ich meine, Fans, also ich meine, wie kann man mich zuschmeißen mit Kann man mich zuschmeißen mit hier Ja Wunderbar Zweiter Platz, erster Platz So habe ich gar nicht gesehen Hier würde eine Meisterschaft dastehen Kann ich hier im Stream sehen Leuchte hier nebenbei Insgesamt verdiente Fähigkeit 62 Ich kann ja mal wieder schauen, Onkel, hast du gesagt? Ähm Hier habe ich ja ein paar Ich habe ja fast alle Äh Ja, Maske Was weiß ich Das erwischt Ich wähle mal einfach alles Äh Lass mal lieber erst verheilen Du glaubst gar nicht so, gestern nach dem Stream Ich habe ja gestern so um 7 gestreamt in der Früh Und dann Hocke ich ja meistens noch so eine halbe Stunde da Paralysiert und kann mich kaum bewegen Surfte noch ein bisschen Tu noch einige Texte schreiben Dann Habe ich mich jetzt im Bett dann gelegt gegen 10 Nachdem ich fertig war mit den ganzen Arbeiten Dann dachte ich mir Dann dachte ich mir Statt ich nochmal aufstehen mit Lenkertesten Ja oder nein Dann bin ich aber Dann war ich aber zu fertig hier Das Linkere ist im anderen Tisch da hinten aufgebaut Nur ist es dann schwer mit euch zu sprechen Hier ist er doch etwas weiter weg Ja Scheiß auf schon Oder Racing ist wichtiger hier Ne 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 Such die Äh Dito naja, ich streame immer lange, wisst ihr ja oder mich halt schon länger kennen oder sehen das jeden Tag und ich habe jetzt die letzten zwei Tage später